Die Halle brennt! Die Halle brennt! Die Clubhalle? Ja, schau aus dem Fenster! Es lodert richtig! Schnell, ruf die Feuerwehr an! Schnell, schnell! Haben Sie auf den Knopf gedrückt, Pat? Ja, Quentin, der Lift kommt schon. Viel war nicht mehr übrig von dem Bürogebäude, was? Ja, das war eine der schlimmsten Brände, an die ich mich erinnern kann. Und alles nur aus Nachlässigkeit. Nach Ihnen. Danke. Aber als Feuerdetektiv hat man seine Tiefpunkte wie? Ja, die man nur mit Hilfe des Schams und der Tüchtigkeit der unentbehrlichen Sekretärin überwinden kann. Na, dann soll sie noch eine Zeit lange halten bleiben. Man weiß schließlich, was sich gehört, ne? Also, raus mit Ihnen. Ach! Sehen Sie mal, wer da auf uns wartet. Guten Morgen, Inspektor Hackens. Guten Morgen. Morgen, Robby. Na, ihr habt ja gemütliche Arbeitsstunden. Ja, das kann man wohl sagen. Wir sind schon seit Morgengrauen auf den Beinen. So. Na, dann entschuldigen. Wenn du beruflich mit mir reden willst, komm doch mit ins Büro. Wir können ja zusammen frühstücken. Nein, gar nicht. Gestern Abend ist das passiert, Quentin, in Langley. In Langley? Ja. Ja. Ja.